Anstelle von, jetzt vielleicht können wir jetzt erkennen, was der vorhatte. Schau mal, er schaukelt ihn ein bisschen auf. Und ich weiss es nicht. Marc schaut nochmal genau hin. Und dann wissen sie auch alles. Da, haben sie es gesehen. Auch vorne, er hat beide Seiten. Da schlägt er hinten richtig an. Und jetzt schauen sie das Hinterrad an. Das steht völlig weg. Das lenkt in die falsche Richtung. Spektakuläre Bilder. Genau, wäre Löwen beide vorne gewesen, hätte er ihn noch getroffen. Ich bin mal okay, sagt Heikki Kowalainen.